Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Eine Blitzberatung Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Amara, ich grüße dich. Deine Frage ist, warum hat er so komisch reagiert nach deiner Einladung? Und das klären wir bei diesem Orakel. Diese Karte in der Mitte ist eine wichtige Botschaft für dich. Dieser Schlüssel bedeutet Sicherheit. Du sollst selbst sicher sein. Auch an seinem Interesse. Schlüssel bedeutet etwas öffnen oder schließen. Und da ist deine Diplomatie gefragt, wie gehst du mit ihm um? Sollst du verschlossen sein oder offen zu sein? Schlüssel bedeutet, auch du hast die Schlüssel in der Hand. Und dann kannst du beeinflussen die Geschehen. Dein Gegenwart zeigt hier dieses Bild und das ist Kraft. Lass dich jetzt nicht einschüchtern. Zeig Kraft. Sei selbstbewusst. Du hast ihn eingeladen. Du hast ihn eingeladen. Es kam nichts zurück. Mindestens nicht in diese Richtung. Dann kannst du das beantworten schlagfertig. Ich würde so etwas schreiben. Schade, dass du meine Einladung nicht wahrgenommen hast. Ich habe den Abend mit meinem Mann genossen. Oder so ähnlich. Zeig nicht, dass du dich ausgeliefert fühlst und er kann dich verletzen. Nein, er soll das nicht spüren. Dir macht das nicht aus. Zeig ihm Kraft und Stärke und sei jetzt schlagfertig. Oder kannst du auch schreiben, ach, das habe ich gar nicht ernst gemeint. Lass ihn links liegen jetzt. Aber nichts antworten oder verletzt fühlen brauchst du nicht. Zeig, das macht dir überhaupt nichts aus. Er soll nicht so selbstsicher sein. Und damit hast du den Schlüssel in der Hand. Mach dich interessant. Dein Gedanke ist dieser Mann. Und dieser Mann zeigt, es hängt alles in der Luft. Das sind Unsicherheiten. Oder das Gefühl, du verlierst gerade den Boden unter deinen Füßen. Was sollst du tun? 180 Grad drehen. Deinen Gedanken 180 Grad drehen. Du bist nicht die verletzte, kleines Mädchen, weil er diese Einladung nicht wahrgenommen hat, sondern du sollst dein Gedanken 180 Grad drehen und denken, du hast Pech gehabt, wenn du meine Einladung nicht wahrnimmst. So sollst du denken und nicht umgekehrt. Was liegt im Verborgenen? Das zeigt dieser Vollmond, wobei hier das Gesicht dann doch Halbmond, also alle Mondphasen, wird hier dargestellt. Die Kraft des Mondes und das ist die Empfängnis, weil das ist eine weibliche Energie. Vertraue deinem Weiblichkeit. Vertraue, dass du ihn empfängst. Und du hast diese Einladung ausgesprochen. Er hat weder Ja noch Nein gesagt. Er hat es einfach offen gelassen. Er ist auf dieses Angebot gar nicht eingegangen. Du kannst nach wie vor mit ihm schreiben, mit ihm kommunizieren, aber eine Einladung kommt jetzt nicht. Trotzdem spricht das an und zeig ihm, das macht dir überhaupt nichts aus. Bleib aber in Vertrauen. Vertraue dieser Mondenergie. Du empfängst eine Einladung von ihm. Das sollst du verinnerlichen und das auch visualisieren. Jetzt kommt die Einladung von ihm, weil du möchtest mit ihm treffen. Und du hast den Schlüssel in Hand. Sein Gegenwart zeigt hier dieses Bild. Die Münzen stehen in Verbindung zum Finanzen und indirekt auf die beruflichen Situationen. Es kann sein, dass er sich alles auf die beruflichen bezieht. Und er möchte diese Struktur aufrecht erhalten. Die Münzen symbolisieren aber auch die Erderelemente, die Taten, die Realität. Und die Schlüssel zeigt diese Sicherheit. Du kannst sicher sein, dass er mit dir auch verabreden will. Aber er sucht im Gegenwart die Kontakt oder pflegt die Kontakt nur auf den beruflichen Ebenen. Obwohl sein Gedanken sind nicht die Finanzen oder die beruflichen Situationen, sondern die Kerchen. Und die Kerchen symbolisieren seinen Gefühlen. Er hat Gefühle für dich. Er liebt dich auch. Aber er stoßt in seinen eigenen Grenzen, weil er lässt es gar nicht zu, diesen Gefühlen zum Leben. Er schließt sich komplett, wenn die Gefühlen eine Rolle spielen. Entspricht aber seiner Sehnsüchte. Und diese Münzen symbolisieren noch etwas und das sind die Werte und auch die Wertschätzung. Und du sollst diese Wertschätzung von ihm verlangen. Und damit zeigst du Kraft. Du bist jetzt nicht die schüchterne Mädchen, die er klein gehalten kann. Das bist du nicht. Du bist eine erwachsene Frau und du redest mit gleichen Augenhöhe mit dir und verlangst du Respekt. Dass er deine Einladung nicht wahrgenommen hat, irgendwie verletzt dich das. Aber zeig die verletzten Gefühle nicht. Schließe das. Schließe das. Und denk um. Und zeig das mit Leichtigkeit. Das macht dir überhaupt nicht aus. Und wenn du so reagierst, dann wird das für ihn ein Rätsel sein und er will das entschlüsseln. Warum verhältst du dich jetzt auf einmal so? So kennt er dich gar nicht. Und vertraue auf seine Liebe. Weil diese Liebe ist ihm bewusst. Weil er macht sehr viele Gedanken über dich, über deine Gefühle, über seine eigenen Gefühle. Aber er grenzt es ab. Was liegt bei ihm in Verborgenen, zeigt sich auch die Kerlchen. Und das ist die Vergangenheit. Und diese Kerlchen sind mit Tränen. Das ist die Tal der Tränen. Das sind seine Erinnerungen. Und er ist gerade dabei etwas abschließen. Von etwas oder von jemandem verabschieden. Und er folgt den Mondenergie. Und das symbolisiert seine Sehnsüchte und seine Träume. Und das, was du bei ihm auslöst. Diese Karte ist auch eine wichtige Botschaft. Und das heißt, wünscht dir was. Lebe deine Wünsche. Lebe deine Vorstellung. Und das in deinem Inneren. In deinen Tagesträumen. Visualisiere das. Und lenke die Aufmerksamkeit in diese Richtung. Weil das manifestiert sich. Und sei davon überzeugt, dass das eintrifft. Und deine Gedanken, deine Gefühle haben auch Kräfte. Und du brauchst diese Stärke. Das ist auch die Überzeugungskraft. Und denk um, so wie dieser Bild auch zeigte, denk um über diese Situation. Du hast nichts verloren. Überhaupt nichts. Sondern er hat Pech gehabt, dass er mit dir nicht verabredet hat. So sollst du denken. Und das soll auch spüren. Das soll er auch spüren. Zeig jetzt keinen verletzten Gefühlen oder Enttäuschungen. Zeig dich glücklich und zufrieden. Und er soll überlegen, warum auf einmal dich das nicht stört und dir das nicht ausmacht. Wobei, eine Absage kam auch nicht. Er hat das alles offen gelassen. Und diese Verabredung kommt. Da bin ich ziemlich sicher. Aber diesmal muss er diese Einladung aussprechen. Liebe Amara, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici